In all dem, was gerade geschieht, hältst du es für möglich, dass es da einen Weg zu wahrhaftigem Frieden und Glück geben kann? Wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist Glück? Wie kann ich permanentes Glück erfahren? Also wenn die Menschen das wüssten, was sie da wirklich erhalten, es ist unbezahlbar. Es ist so alltagstauglich und so einfach und so effektiv und man muss nicht viel tun, weil es ist eine Wissenschaft des Verstehens. Ich glaube, jeder muss glücklich sein, oder? Unglaubliches inneres Glück einfach. Naja, letztlich strebt ja jeder nach Glück. Und ich habe schon alle möglichen Wege zum Glück versucht. Masserell, spirituell, sexuell. Und letztlich ist das alles so vergänglich und so temporär. Und bei Akram Wignan habe ich das wirkliche Glück erfahren, was von innen herauskommt. Und wo dieses Äußere wirklich egal ist. Akram Wignan gibt einen Schlüssel für jede Tür. Einfach eine Guideline, wo dich direkt so ans Ziel führt und in die Glückseligkeit vom ersten Moment. Also bis jetzt sind bei Akram Wignan alle meine Fragen beantwortet worden. Alle. Du kannst dich selbst in einem Maße erkennen lernen, wie du es bisher noch nicht erlebt hast. Man muss allerdings auch dranbleiben. Es ist nicht so, dass da irgendwo ein Segen ausgesprochen wird und von da ist man erleuchtet. Okay. Irgendwie, ja, Lösung für jedes Problem, das man so hat. Und das gibt ja auch so eine unglaubliche Sicherheit. Diese Positivität, in die ich gekommen bin. Hätte ich mir niemals vorstellen können. Weil ich war, wenn ich jetzt zurückblicke, schon echt richtig negativ. Also ich war echt richtig negativ unterwegs so. Ja, also das ist gar nicht, noch gar nicht begreifbar. Noch nicht mal annähernd, was ich da eigentlich bekommen habe. Freund von F descriptive plötzlich. aus demgarten Malen aus dem